Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben Können ja andere gerne fahren, mir ist egal was andere machen Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann Ist ja auch egal, jedem sein Ding Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfer-Trikkel Nicht gerade nachhalte ich, was ihr da so macht Wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt Ja? Ja? Da? Untertitelung des ZDF, 2020 Der Golf schaltet immer schlechter, die Werkstatt sagt, das Getriebeöl muss nicht gewechselt werden. Ja, schönen Gruß an die Werkstatt, wir wechseln erstmal das Getriebeöl. Weil man das nicht wechseln muss, gibt es auch einen Getriebeölfilter und entsprechende Sets und Dichtungen zu kaufen. Wieder mal keine Fragen dazu. Das ist die gleiche Werkstatt gewesen, die auch meinte, den Willen des Kunden, in dem Fall Katharina. Der Kundin interessiert mich nicht, ich fülle das Öl ein, was mir passt, weil teurer. Gut, der schaltet immer schlechter, beim Runterschalten knallt er echt den nächsten niedrigen Gang rein. Nicht gut. Und, also man merkt es wirklich, übles Schalten. Beim Golf 4, mit dem ALH-TDI, haben wir noch das ZF-Getriebe drin. ZF-Getriebe. Danach bei den Pumpe-Düse-Motoren gab es das Aisin-Getriebe als Automatik. Die würde ich mir nicht kaufen. Die lassen sich nicht mehr warten. Dafür gibt es keine Filter, dafür gibt es nichts. Könnt ihr eine Tonne treten, die Dinger. Wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Da kann man spülen, kann man versuchen, aber der Getriebeölfilter sitzt irgendwo hinter der Getriebeglocke. Und, ne, geht gar nicht. In diesem Fall hier, haben wir ein 4-Gang-ZF-Getriebe. Und, ja, das lässt sich warten. Das ist gut. Was wir auch bei nächster Gelegenheit mal im Auge behalten sollten. Der Öleinfülldecke. Seht ihr diesen Sauber, der da runterläuft. Das war vorher sauber, ist auch nichts daneben gekippt. Und das AGR-Ventil. Sind feucht. Ist durchaus irgendein Zeug, was da rauskommt. Riecht nach Öl. Also von daher, wird es wohl Öl sein. Gut. Bereiten wir alles vor und dann sehen wir uns gleich unter dem Auto wieder. Hier sehen wir das Getriebe. Das hier ist ein Metall-Unterfahrschutz. Der muss weg. Eigentlich sind das 16er. Hier nicht. Ja. Jaa, Gott kämpft. übrigens gerade ganz schön windig das halbe dach schon wieder weg also die andere hälfte die wir noch haben so das ist die seite auf der seite sind auch noch welche zwei stück ich will es aber wissen jetzt weiß ich ja eigentlich sollten jetzt zwei sein hier ist nur eine ok das ist die getriebeölwanne ein schönes ding das hier ablassschraube sollte von der theorie herrn fünfer im bus sein ist es auch ich weiß nicht vielleicht war das mal ein fünfer im bus oje oje das kann ja heiter werden bisschen lösen versuchen zumindest alter schwede das ist richtig schlecht noch mal eine ratsche benutzen mal gucken was da jetzt was passiert das sieht mir stark danach aus und so dass die erstbefüllung ist der fliegt mehr tja dann bleibt wohl nichts anderes versuchen jetzt die ölwanne sozusagen größer zu machen der windhilfwagen sagenhaft dabei abouw und abouw 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 Ja, noch Fragen? Wenn wir jetzt eine saubere Wanne hier stehen haben, Ratsche raus, das können wir jetzt so drehen. Oh, das stinkt jetzt schon wie die Hölle, ich ahne fürchterbares. Ohne Ratsche kriege ich es nicht raus, das wird eine Sauerei. Okay. 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 oh das stinkt richtig gut oh ja alter katzen pisse allererster kajüte ja das bezeichne ich als schwarz nur meine persönliche meinung das ist schwarz leute eigentlich ist das knallrot hier kommt atf das gleiche rote atf wie im land rover jetzt neuerdings drin atf 2h das war es glaube ich 3h atf 3h ist eigentlich knallrot weiß nicht geht ihr euch das auch so also mich erinnert der geruch total an katzen pisse das ist das der nicht mehr schaltet und das ist noch der ersten teil der katzen pisse die daraus kommt da kommt noch mehr weil da ist ja noch ein füllstandsrohr drin zu deutsch ich darf da jetzt mit meinen flossen rein hier drin das getriebe wird hier also die getriebe füllmenge geht über das rohr da ist ein plastikrohr drin und wenn das überläuft ist genug im getriebe drin aber hier ist genug müll drin das kann ja heiter werden sage ich dir das ist der letzte ölwechsel das können wir hinterher noch mal machen dann sieht man da so was rotes rauskommen das ist das füllstandsrohr bei der werkstatt zu sagen das muss man nicht wechseln jungs repariert doch einfach schritten oder so was jetzt kommt hier richtige sie fraus ja und stinkt richtig gut alter das brauche ich echt nicht jeden und ja da kommt noch mehr ja genau so ist es geplant natürlich korrosionsschutz deswegen die ölwanne jetzt so freundlich ist oben zu bleiben bis ich fertig bin das ist total schön die ist schon ganz schön undicht muss ich sagen ich wusste es ich wusste es warum sollte ich auch glück haben bei dem auto die ist undicht sieht man rundherum also die war schon undicht ich muss das ding erstmal noch mitziehen da kommt garantiert noch was raus ja geht schon los ja da haben wir sie alter was für ein schrott ja ich sag ja den geruch brauche ich nicht jeden tag oh ja noch fragen was da drin los ist das glitzert so schön nein ist kein metall gelack noch nichts macht wo jetzt auch noch ein bisschen was an mehr an öl rauskommt ist hier nein muss man nicht wechseln lebenslange füllung kann man gucken ob das ein vhg filter ist glaub schon ich mach gleich mal sauber ich mach gleich mal sauber ja das ist der erste wie viel ist jetzt runter 230.000 oder so ja 230.000 ist schon heftig lecker ja das so ein automatikgetriebe irgendwann schaltet so was läuft ja nun mal eben über hydraulik der bagger hebt sein arm auch irgendwann nicht mehr wenn das hydrauliköl komplett durch ist beziehungsweise schießt seine dichtung vorbei und das hier sieht extrem gut aus ich kann mir kaum was besseres vorstellen dass das öl hier gerade geruchsmäßig ein echtes erlebnis den lassen wir jetzt erstmal ordentlich ausbluten hier ist die dichtung drin die ist neu dabei von filter muss unbedingt ausgetauscht werden weil irgendwann ist die komplett ausgehärtet hier ist nichts mehr los mit ja das ist getriebeöl für erwachsene sag ich dir ja wie gesagt das ist jetzt ordentlich ausbluten hier haben wir den alten filter den vernachlässigen wir jetzt erstmal so hier haben wir die kühlwanne vor allen dingen interessant der magnet der hier drin sitzt das kommt jetzt schon richtig gut lieber mach ich irgendwelche fragen da da 230.000 kein ölwechsel nicht nicht ja kristen nicht mal mehr von der hand ab wenn es verreiben willst das öl ist komplett am ende aber die werkstatt erzählt nein das muss nicht gewechselt werden dann gibt doch kein ende hier unglaublich fast ein zentimeter schicht drauf auf dem magneten mal hoffen dass das getriebe dann noch nachschalten selbst hier auf der rückseite ist alles voll auf der vorderseite hier da ist ein zentimeter dreck drauf alles magnetisch mal hoffen dass das getriebe dann auch noch schaltet das war im stadium also mehr geht nicht ursprünglich sieht so ein magnet nämlich so aus und nicht doppelt so dick der ist nur so dünn was er gerade gesehen habe das war alles metall abrieb die ölwarte ist noch eben sauber und dann sehen wir uns nachher wieder ja wie man am zustand sieht sieht nicht gut aus getriebe öl was da reinkommt ist eigentlich rot wir haben übrigens jetzt den nächsten tag ein teil eine nacht abtropfen lassen wir uns magneten und schon mal nach der misst der in den magneten hängen ihr habt ihr ja gesehen das ist jetzt hoffen sie alles abgesunken hoffen dass wir keine späne entdecken auch gott ist das sonnig ist das schön gott sei dank also wird wohl ziemlich wenig von dem mist der magnet hat gute arbeit geleistet sagen wir mal so rum kein mist durchs getriebe gewürgt worden ja ist ein bisschen aber hält sich das eigenermaßen in grenzen es war aber wirklich absolut allerhöchste eisenbahn wie gesagt einmal absuchen den ganzen kram hier so da ist die schraube die reingefallen ist ja ja wie gesagt gott sei dank hält sich das in grenzen also das öl fühlt sich jetzt noch besser an als dass wir mercedes obwohl es hier echt stinkt so richtig am ende das zeug ja super ölwanne blase ich jetzt noch einmal kurz aus magnet neuer filter mit dichtung mal gucken ob der überlebt hat der wagen das machen wir erstmal die schrauben und so hat alles in der richtung sauber ja normalerweise nimmt man neue machen wir jetzt nicht pech gehabt ja ich weiß normalerweise werden neue genommen aber da das keine den schrauben sind weiß ich nicht wieso wir sehen uns gleich hier sieht man das getriebe und jetzt noch mal zum mitschreiben da kein bremsenreiniger reinhalten keinen bremsenreiniger benutzen das ist böse nicht tun fusselfreien mikrofaserlappen nehmen und die reste abtupfen wie gesagt jetzt über nacht ist er ausgelaufen sollte jetzt nichts mehr drin übrig bleiben nur noch tropfen hier damit gehen wir jetzt auch einmal rund um die dicht fläche das war auch undicht ich denke spätestens wenn die ölwand dichtung vom getriebe undicht wird sollte man mal das öl wechseln ja geht eigentlich ja ok jetzt schnappen wir uns den neuen ölfilter mal gucken da ist ein dorn dran ist das so gemeint ist nur gesteckt kann ja kann ja nur so ne ja so dann die ölwand noch mal gucken ob die dichtung vernünftig sitzt sitzt sie noch irgendwas sieht irgendwo direkt ausräumen magnet sauber über auch sauber dann gucken wir alle klick mal da drüben also immer vielleicht ein bisschen mehr da haben wir die abschrägung genau perfekt bist du schon Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay. So, das haben wir drin. Jetzt kommt die Hülse für die Füllmenge. Die sieht man hier. Die kriegt nur 2 Newtonmeter, also nicht festnageln, bitte. Von Hand reinschrauben soeben reicht. So, das war's. Mehr kriegt die nicht, ne? Nur eben ganz vorsichtig anziehen. 2 Newtonmeter normalerweise. Okay. Ölwand ist drin. Distanzhülse auch. Jetzt brauchen wir gleich nochmal einen Behälter hier unten drunter. Und, naja, vorher machen wir erstmal den Öldeckel auf. Der ist nämlich sehr interessant platziert hier. Und zwar ist das hier der Stutzen. Den duft man hier und hier ein. Und sollte man ihn von der Theorie her aufkriegen. Da sieht man, wo man ihn eindrückt, ne? Da. Das Ding ist aber so dreckig, dass ich das mal eben ohne euch mache. Wie man jetzt hier sieht, fehlt das Füllstandsrohr. Das hab ich in der Hand. Ja. Ist schon beim Ausbau gerade so ein Ding rausgefallen. Wartung ist eben alles, ne? In dem Fall war sie nicht da. Ja, da liegt's drin. Wird schon in die Ölwanne gefallen. Das wär nicht gut gegangen. Wie gesagt, besser jetzt als später. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Ding lieferbar ist. Eigentlich hat VW ja immer die Angewohnheit, alles aus dem Programm zu nehmen, was Autos länger leben lässt. Aber, naja. Kann man noch auf das Zubehör hoffen. Und auf den Getriebehersteller ZF. Das ist das Füllstandsrohr. Also das Rohr, wo praktisch der Deckel draufsitzt. Hier sollte es von der Theorie her einrasten. Fällt sofort auseinander, das Ding. Total müde. Das ist auch die Geschichte mit den Wartungsintervallen. Da breche ich jetzt mal alle ab. Mal gucken, ob ich den irgendwie hier oben fixiert kriege. Letztendlich passiert an der Stelle auch nicht viel. Vielleicht kann ich es mit Dichtmasse einkleben. Kann man eigentlich nur empfehlen. Wenn eure Werkstatt euch sagt, euer Getriebeöl muss nicht gewechselt werden. Dann wechselt die Werkstatt jetzt. Keine Ahnung. Ganz einfach. Ja, manchmal ist es einfach. Ja, würde gehen. Mit Dichtmasse einkleben. Ich habe eine ziemlich heftige Dichtmasse hier. Damit kann man auch Zylinderkopfdichtungen ersetzen. Bei Motorrädern. Solange das Getriebe offen ist, läuft mir da auch nichts von rein. Ja, ich denke mal nicht, dass es das Teil noch gibt. Zumal da ja gar keine Bestellnummer drauf ist. Ne, ist keine drauf. Ist wohl nicht aus Ersatzzahl zu bekommen, denke ich. Wie gesagt, hier unten fehlen jetzt die Füße. Um das zu fixieren. Das würde praktisch hier unten im Getriebe einrasten. Diese Zungen. Weil, wie gesagt, meine Kleb... Diese klebende Dichtmasse, die ich da habe, die ist eigentlich ganz gut. Schon einiges mitgemacht. Die trocknet auch relativ schnell. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Da ist ja keine große Belastung drauf. Im Getriebe ist kein großartiger Druck. Und... Na, wie soll ich sagen. Letztendlich kommt hier nur das Öl rein. Mehr soll das Ding gar nicht machen. Nur, hier wird das Öl eingefüllt. Und dann kommt der Deckel da wieder drauf. Das war's. Da ist kein Peilstab dran. Kein gar nichts. Also eine mechanische Belastung gibt es hier nicht. Ich hole mal eben das Zeug. Das ist das. Die Firma kennt man auch. Von Zünderkopfdichtung und so weiter. Winkt Viktor Reins. 300 Grad Temperaturbelastbarkeit. Leider gehen diese Deckel immer wieder zu. Aber... Vielleicht geht es ja auch mal... Ah, guck mal, da kommt es schon. Das klebt wirklich gut. Ich hab mal eine Ölwanne beim Land Rover damit eingeklebt. Da ist alles unnötig, wenn man das Öl öfter mal wechselt. Also offensichtlich ist da schon mal was passiert. Ölstand vielleicht. Dass der mal überprüft wurde. Hier unten wollen wir keine Dichtmasse haben. Und das steckt schon wieder im Getriebe. Also wie gesagt, das trocknet ab. Hat hinterher so die Konsistenz von der normalen Gummidichtung. Und mal ein Stückchen drumrum. Das quillt dann oben raus. Der restliche Teil. Muss man nur hinterher aufpassen. Man kriegt das Zeug kaum noch von den Fingern ab. Es wächst dann raus. Jetzt sieht man die Öffnung von unten. Ich schnappe mir das jetzt von oben hier. So. Man muss das Ding gar nicht können. Einfach nur da bleiben. Jetzt gucken wir mal da rein. Ob da irgendwo Dichtmasse durchgeflossen ist. Nein. Das müssen wir jetzt trocknen lassen. Ein bisschen. Aber diese Plastikteile in der Ölwanne wären echt blöd gewesen. Mal gucken, dass diese Dichtung auch vernünftig passt. Wie gesagt, fließt nichts raus. Ihr seht das von unten auch. Also kann ich hier wieder zumachen. Wird auch nichts mehr runterbröseln. So. Wie gesagt, müssen wir das jetzt ein bisschen abtrocknen lassen mit der Dichtmasse. Bis die richtig anhaftet. Und dann können wir Öl einfüllen. So. Als nächstes die Ablassschraube. So. Okay. Jetzt müssen wir einfallen lassen, wie wir das Öl da rein kriegen. Sollte aber nicht großartig das Problem sein. Ich glaube, da baue ich mir was. Also wir packen 4 Liter Öl rein. Das bedeutet, wir überfüllen das Getriebe. Dann lassen wir den laufen. Dann müssen wir wieder einen Behälter hier drunter stellen. Dann packen wir die Ölablassschraube raus. Das Füllstandsrohr ist ja noch drin. Und dann lassen wir das, was da praktisch durchgespült wurde, wieder raus. Wir müssen sowieso Ende des Jahres nochmal einen Ölwechsel machen. So wie das Öl aussah, sind wir uns einig, das ist nicht gut. Wie sieht das hier aus? Ja, das Dichtmaterial ist durchgehärtet. Geht ziemlich schnell. Für so ein Dichtmittel. 1,5 bis 2 Stunden vielleicht. Je nach Temperatur. Manchmal geht es auch in einer Stunde. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das zwischendurch einmal machen. Wir haben also keine Pumpe und sowas in der Richtung. Durchsichtiger Schlauch aus dem Baumarkt. Einmal warm gemacht. Trichter rein gesteckt. Hält ewig. Den Schlauch unten rein gesteckt. Ins Getriebe. Jetzt können wir das Getriebeöl auffüllen. Wie gesagt, wir überfüllen das Getriebe mit 4 Litern. So sieht das Getriebeöl eigentlich ursprünglich aus. Nicht schwarz. Etwas kürzere Leitungen. Wie gesagt. Wie gesagt. So stepping einer bis auf eine Stunde zu spord aus. Weichen wird die Hait dizer. So stepping einer Beline bis Stand только. Wahrscheinlich wird das Erica bis Dehn. Mannlich wird das Steuer. Aber gerne einen Feind sichern. Wir müssen jetzt gingen mit das Gas arch Content machen. Oh, so Hunt. Ich gebe delle instücke. Alle Läch rug descrição. Was he von der Grund gegen 동 дост zoom? Vielen Dank. Ah, es tropft sogar schon raus. Das ist gut. Unten. Okay. Alles klar. Dann verschöten wir mal wieder nach unten. So, wenn wir jetzt mal starten, das Getriebe einmal komplett durchschalten. Ein bisschen laufen lassen. Auf neutral. Das Öl wird auf jeden Fall durchgezogen. So, dann lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Auf neutral, nicht auf parken. Auf neutral lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Handbremse angezogen. Er hat Kraftschluss. Wir sehen uns reich wieder. So, jetzt haben wir den bisschen laufen lassen. Schön hin und her geschaltet. Jetzt lassen wir den Überfluss sozusagen ab. Wie gesagt, die Füllhöhe wird definiert durch das Füllstandsrohr, was da drin ist. Also, wir haben ja gezeigt, dieses Plastikteil. Zwei Newtonmeter. Nicht vergessen, nicht überdrehen, sonst hat er den Salat. Ja, das war auch dringend nötig, dass er einmal durchgespült wurde. Wie man sieht, sieht jetzt schon nicht mehr gut aus. Wie gesagt, er wird jetzt bis Ende des Jahres gefahren. Je nachdem, ob er jetzt noch Ärger macht oder nicht. Und dann wird das nochmal gewechselt mit Filter. Das Set kostet jetzt nicht die Welt. Bevor man jetzt für 300, 400 Euro da eine Spülung macht, kann man lieber einen Ölwechsel mehr machen. Sollte kein Problem darstellen. Also, wie gesagt, das Öl sieht jetzt schon wieder schlecht aus. Ihr habt es gerade gesehen, wie ich es eingefüllt habe. Da kommt es wieder raus. Das ist besser als vorher, aber auch noch nicht wirklich gut. Das ist jetzt der Liter, den ich überfüllt habe. Damit haben wir es einmal überspült, sozusagen. Das ganze Getriebe einmal überflutet. Nicht damit fahren, ne? Nur so als Hinweis. Nicht damit fahren, sondern das ist nur zum Spülen da. Jetzt ist die vorgesehene Füllhöhe erreicht. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Dann gibt es jetzt gleich eine kleine Testfahrt, würde ich sagen, am besten. Bevor ich den Schutz drunter mache, machen wir die Testfahrt. Dann geht er wieder auf die Bühne. Ach, auf die Bühne. Auf die Rampen und dann lassen wir den Überschuss ab. Dann sollte der Ölwechsel erledigt sein. Vorerst. Wie man jetzt an dem Klackern hört, ist er ordentlich gelaufen. Jetzt packen wir den Überschuss raus. Und jetzt packen wir den Überschuss raus. Dann werden wir sehen, ob er noch vernünftig schaltet. Das dürfte der Betriebstemperatur haben, es dampft. Wir können ein bisschen früher reindrehen, weil der Wagen steht schräg. Ja, das neue Öl ist rausgekommen. Das sieht genauso bescheiden aus wie das alte. Ihr habt gesehen, was ich eingefüllt habe. Das ist da jetzt wieder rausgekommen. Also fantastische Ölqualität sieht anders aus. Aber deswegen nimmt man auch den vierten Liter sozusagen dazu. Seid froh, dass es kein Geruchsvideo gibt. So, Unterfahrschutz wieder drunter. Und dann ist das erledigt. Mehr können wir sowieso nicht machen. Dann gibt es die große Probefahrt und dann war es das. So, jetzt sind wir auf Probefahrt. So, dann wollen wir mal gucken, wie er ganz normal in der Beschleunigung jetzt agiert. So, dann wollen wir mal gucken, wie er ganz normal in der Beschleunigung ist. Oh, der rutscht. Okay, ich glaube, das Getriebe hat sich überlebt. Ja, vielen Dank, Werkstatt. Das Getriebeöl muss nicht gewechselt werden bei so einem Auto. Ja, ich denke mal, das war ein bisschen zu lange mit dem Öl. Das ist jetzt die Suppe, die vom Spülen rauskam. Ja, Anfang letzten Jahres hat sie, also Katharina hat bei der Werkstatt nachgefragt, hier in Neuhaus, wie das ist mit dem Getriebeölwechsel. Das muss man nicht wechseln. Ja. Letztes Jahr wäre es auch noch relativ einfach gewesen. Jetzt müssen wir uns da langhangeln mit einem Ölwechsel. Jetzt erstmal ein bisschen fahren, ist ja ein neuer Filter drin. Noch ein Ölwechsel und gucken, ob dieser fehlende Kraftschluss aufhört. Ansonsten sehe ich schwarz bezüglich des Schaltschiebers. Dritter in Vierter, da hat er eine Lücke. Die kann man austauschen, ja. Aber ich muss mir erst Unterlagen anfordern von ZF. Das ist jetzt auch nicht mal eben gemacht. Ich werde die mal runter anrufen. In Dortmund ist ZF, die kenne ich ganz gut. Land Rover Getriebe ist ja auch ZF, ne. Von daher habe ich da schon eine Durchwahl. Ja. Das war es dann erstmal für heute. Von dem Video. So macht man auf jeden Fall einen Ölwechsel. Macht ihr den bitte ein bisschen früher. Dann kommt da auch nicht so viel Ziff raus. Wie gesagt, seid froh, dass es kein Geruchsvideo gibt. Das ist übel. Das ist richtig übel. Ja, wenn der Werkstatt, wie gesagt, jetzt nochmal. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Wenn eine Werkstatt euch sagt, in eurem Automatikgetriebe muss man das Öl nicht wechseln. Wechselt die Werkstatt. Die haben keinen Plan. Die haben schlicht und ergreifend keine Kompetenz. Wer so ein dummes Zeug erzählt, der braucht auch keine Kunden. Ganz einfach. Okay. Ich gehe jetzt rein. Ich habe Hunger. Bis zum nächsten Mal. Donnerstag sehen wir uns mit anderen Sachen wieder.